Musik Tja, ich glaube, Sie müssen Kommerzielle denken, Jura Mann. Sie müssen marktgerecht produzieren. Ich muss Ihr Produkt ja schließlich verkaufen. Und vor allen Dingen, gewöhnen Sie sich meinen einheitlichen Stil an. Wenn Sie auf Ihrer ersten LP die zweite Seite so wie die erste gemacht hätten, wäre Sie besser gelaufen. Auch das Ausland war von der ersten Seite begeistert. Sie brauchen ja nicht unbedingt dem Trend zu folgen. Aber schließlich sollte man auch mal an die Stückzahlen denken. Am besten lassen Sie Ihre Träumereien sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. 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 Das war's.